Wo sein Auto gerade ist, das kann Stefan Mayer auf 5 m genau sagen, dank GPS. Aber viel hilft ihm das nicht. Schönlinger Weg, Hartlinger Straße, Gaulstraße, Mühlenstraße. Leider sind diese Straßen nicht in Ahlen, sondern 625 km weit entfernt, in Berlin. Ein mutmaßlicher Betrüger hat Mayers Fahrzeug unter falschem Namen gemietet und dann an einen Berliner weiterverkauft. Um einen Mercedes Sprinter geht es luxuriös ausgestattet als FIP-Fahrzeug mit Kühlschrank, Klimaanlage, Fernseher und Holzboden.